Musik Wenn du gerade in Schwierigkeiten steckst, ich glaube, ich habe ein Wort des Herrn für dich. Und zwar heißt das, was immer dir an Schwierigkeiten im Leben begegnet, Gott hätte es nicht zugelassen, wenn es dich von deiner Bestimmung abhalten würde. Die Schwierigkeiten, denen du gegenüberstehst, wie auch immer die aussehen mögen, haben in sich, da bin ich überzeugt von, nicht das Potenzial, dich davon abzuhalten, in das Eigentliche, was Gott für dich und dein Leben vorgesehen hat, hineinzukommen. Die Berufung, die Bestimmung, das Ziel deines Lebens, die Schwierigkeiten, in denen du momentan steckst, die können dich davon nicht abhalten. Es sei denn, du kapitulierst vor ihnen und du hörst auf und bleibst da stehen, wo du bist. Du gehst nicht mehr weiter. Schwierigkeiten begegnen uns im Leben. Wir alle erleben Schwierigkeiten. Und wenn ich an mein Leben denke, wie häufig da Widrigkeiten, Probleme, Schwierigkeiten waren und sehr häufig habe ich dann in meinem Inneren die leise Stimme des Heiligen Geistes gehört, der gesagt hat, das ist gut für dich. Das wird dir nicht schaden. Geh weiter und du wirst hier gut hindurchkommen. Immer und immer wieder. Und das hat mir geholfen, in diesen Problemen, diesen unangenehmen Dingen, zu erkennen, dass es mir nicht schaden kann, dass es mich nicht stoppen kann. Im gewissen Sinne ist die Lösung zur Überwindung von den Schwierigkeiten in uns, all das, was an Schwierigkeiten uns gegenübersteht, Gott hat die Lösung in uns hineingegeben. Das ist das, was dieses Wort im Grunde genommen aussagt. Und das finden wir auch in der Bibel. Denkt beispielsweise nur mal an die Geschichte von Daniel. Daniel, wo er da in diese Löwengrube kam, Daniel hat alles richtig gemacht. Er war gotttreu, er hat einen super Job gemacht, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und genau daraus hat man ihm einen Strick drehen wollen. Und heute würde man sagen, das war vielleicht übelstes Mobbing, dem er gegenüber stand. Man hat üble Nachrede gemacht, man hat ihm Unterstellungen gegeben, so richtig eine niederträchtige Aktion. Und er kam tatsächlich in schärfste Lebensbedrohung, in echte Schwierigkeiten. Und Gott hat ihn nicht vor der Löwengrube verschont. Gott hat ihn nicht davor bewahrt, in diese Löwengrube hineingehen zu müssen. Er hat ihn nicht vor der Schwierigkeit bewahrt. Aber er hat ihn davor bewahrt, dass ihm das schaden konnte. Daniel selbst sagt, der Herr hat einen Engel gesandt und der hat der Löwenrachen verstopft, hat zugehalten. Gott hat ihn nicht verschont vor der Löwengrube, aber er hat ihn davor verschont, dass ihm das vernichten konnte, stoppen konnte, fertig machen konnte. Und das ist das, was wir in der Bibel lesen, beispielsweise in der sehr bekannten Bibelstelle in Römer 8, wo es heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Wenn du Gott liebst, dann ist die Situation, durch die du gehst, egal wie hoffnungslos die aussieht, egal wie schwierig die aussieht, egal wie problematisch die aussieht, ist etwas, was letztlich, letztlich der Herr zum Guten für dich wenden kann. Das ist eine Sache, die kannst du vielleicht nur im Glauben ergreifen. Das ist unlogisch. Das ist schwierig zu verstehen. Aber im Glauben können wir das nehmen und können sagen, Herr, ich verstehe es zwar nicht, ich kann es noch nicht erkennen, wie, aber inmitten dieser Schwierigkeiten glaube ich, dass mir das letztlich zum Guten dienen wird und ich hier siegreich durchkommen werde. Das war bei Daniel auch der Fall. Durch diese ganze Aktion ist er gestärkt worden und der Name des Herrn ist verherrlicht worden. Und das ist die Absicht. Wenn Gott zulässt, dass in deinem Leben Schwierigkeiten passieren, dann will er sich verherrlichen und dich siegreich hindurchbringen, dass du gestärkt bist. Und das ist der Sinn von Schwierigkeiten, denen wir im Leben gegenüberstehen. Lass nicht zu, dass die Schwierigkeiten dich stoppen, sondern mit der Herrn Hilfe geh hindurch und sieh zu, dass es zur Verherrlichung des Herrn ist. Du wirst gestärkt sein. Ich bin gewiss, Gott hat viel mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!